Also Battlefield 3 ist definitiv der genialste Titel von allen inzwischen, finde ich persönlich, weil das macht Launen, das Game. Optisch nice und spielerisch eh super sahne. Aber Battlefield 2 zu seiner Zeit war ein Meilenstein. Man nannte es allerdings auch das Bugfield, weil, ne, es war aber eigentlich jedes Battlefield mal ein Bugfield. Man muss natürlich sagen, dass Battlefield 3 eigentlich jetzt relativ bugfrei läuft. Es gab am Anfang Probleme, inzwischen wüsste ich jetzt spontan nicht irgendwo irgendwelche Probleme, die mir da so einfallen. Huch, ach, erschrocken. Mama mia, bin auch schreckhaft, ey. So, huch, da war, da war wat. Habs genau gesehen. So, ähm, dam dam dam. Zack. Ähm, machen wir gleich nochmal eine zweite, weil ja die hier ein... Was mach ich denn hier? Hier wollen wir hin. Ähm, ähm... Ja, können wir den ja wieder abbauen. Hab ich einige Dings mit? Nein, natürlich nicht. Hat die rausgepackt. Mann, was ist denn für eine Party, ey? Hört man gar nicht so laut, wie die Musik ist. Jede Dach. Ja, guck mal, ich kann was cooles. Tschin, Kopf ab. Und tschin, Kopf ab. Und tschin, Kopf ab. Au. Au, au, au. Au, au, au. So, Partyende. Und dann stopfen wir mal die Löcher mit ein bisschen Brot und noch was trockenes da hinterher. So wie Käse. Huch. Nein, nicht Käse. Kekse. Beides mit K. Passt schon. Kekse. Ich brauche... Hm, Kekse. Hm, leider habe ich keine. Hm. Hm, hm. Aber es wäre mal eine ganz gute Idee, mal auf die nächste Einkaufslitze zu setzen. Kekse. Könnt ihr ja gerne mal hier schreiben, was für Kekse ihr mögt. Mal Tipps mal geben. Ich weiß immer nie genau, was ich so mal kaufen soll. Wenn ich jetzt mal irgendwas Süßes holen möchte. So, ich esse jetzt wenig Süßes irgendwo, weil, ne. Bin zwar schon Fan von irgendwo mal Schocke hier, mal was Süßes da. Aber das geht ja alles so auf die Figur und so. Und deswegen, ne, ne. So. Ich glaube, wenn das jetzt mein Bruder hier hört, der wird sich schlapp lachen. Boah. Aber ich glaube, da guckt das Minecraft Let's Play gar nicht. Ich glaube, da guckt überhaupt kein Let's Play der BNM im Übrigen, ne. Mit denen ich Team Fortress. Und, ähm, was hat man noch? Ogma Style haben wir zusammen. Na, alles bei uns auf Let's Play. Äh, Quatsch. Quatsch, was labere ich scheiße. Hier auf Brain Red LP. Gibt es auch Team Fortress als Just for Fun Geschichte. Mal gucken, ob ich das weitermache. Läuft ja eigentlich ganz gut, aber das Spiel ist ein bisschen betagt. So, ich müsste mal ganz kurz mal was gucken. Oh, das ist irgendwie... Wenn ich so hier im, 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 im Untergrund arbeite, da ist... Da kann ich machen, so viel ich will. Da kann ich so viel Folgen aufnehmen. Was haben wir denn hier? Noch Pilze. Ah, hier ist doch ein Loch drunter, ne. Jupp. Und ein Enderman. Aber wir können ja hier mal runter. Könnten wir hier runter? Jupp, wir können hier runter. Aber erst gucken wir hier nochmal. Ja, waren wir schon. Okay, dann gucken wir... Hier nochmal. Da waren wir aber auch schon. Hier ist aber auch nichts mehr. Nicht, dass es wie bei manchen Let's Playern heißt. Du hast Kohle übersehen. Du hast da das Eisen übersehen. Du hast da das übersehen. Wenn ich was übersehe, dann ist es absichtlich. Hier, das ist wie das Gold hier. Huch. Oh. Wir haben einen Ausgang. Nein, wir haben keinen Ausgang, aber... Wir haben hier wieder eine Party. Der hat da eben gerade eine falsche Richtung geguckt gehabt. Au, 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 au. Au. Der schleichende Tod. Die spinnen irgendwie rum. Au. Du Arsch. Wo, au, 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 au. Ah. Leck mich doch am Finger, ey. Alter Scheiße, ey. Scheiß doch die Wand an. Ich habe mich gerade sterben sehen. Aber sowas von. Der kam da oben her. Ich habe keine Kohle mehr. Ah ne, Quatsch. Keine Stickies mehr hier. Torches. Ja, Enderman. Ist okay, man. Oh, Mann. Ja, warte mal ganz kurz mal, bis wir hier wieder abbauen. Bis das Leben voll ist. Können wir hier mal kurz runter gucken. Oh je. Leck mir doch die... Oh, hier geht es ja noch weiter. Hier machen wir mal zu. Knallhart. Erstmal. Kein Bock, dass mir hier wieder... ...so ein Flausch hier auf den Kopf springt. So. Alter, Alter. Ihr wisst nicht wo gerade, ne? Und wie hoch und so und überhaupt, ey. Ah, Mama mia. Hab das ganze Minecraft-Leben gerade an mir vorbeifließen sehen. Na gut, so viel ist es ja gar nicht. Jetzt für dieses Let's Play. Da ist schon wieder einer. Meine Fresse, wir haben hier schon wieder eine Party. Oh, nö, 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 nö. Hier ist es gerade ein bisschen... ...aber wenig blöd. Komm her doch. Was ist denn das jetzt für ein Duo da? Ich kann nicht ran an den blöden... ...äh... ...woah, hoho, das stand dahinter. Musik passt nicht. Mama mia. Du Arschloch. Ascheloche. Mama mia. Schon wieder. Ich kümmere mich in der Herzfrequenz gar nicht runter, ey. Können wir das hier abbauen? Alter. Auf diesen Schock. Moment hier mal. Hä, hä, hä. Ah. Puh. Mama mia, mama mia. So, was mache ich noch auf meinen alten Tage? Es gibt es doch nicht. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Was, was? Oh, alter. Mal gut, dass ich gerade erschrocken war von irgendeinem Grafiktextur und bla 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 bla. Ah, du Arsch. Ey, was ist hier los? Und hier kommt doch schon wieder ein anderer, der mir so ans Leder möchte und hier noch einer und oh. Ich habe eine Party entdeckt. Mama mia. Fick die Ziegel. Äh, äh, Entschuldigung. Wo kam der denn jetzt her? Oh. Mein, 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 mein. Ecke, Brot essen oder Keks. Leben und Recoveren. Ja, das ist doch nicht wahr. Oh, 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 oh. Da steht er doch. Mr. Enderman. Gleich ist die Waffe hier im Eimer. Viel haben wir noch nicht, ey. Ah, meine Fresse. Eisen, äh, Gold. Was ist denn das für ein, äh, Dauerloop hier? Dü, 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 dü. Was ist denn hier los? Seid doch mal ruhig. Bin ja gemütlich am abbasteln. Oh, 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 oh. Was, was? Mei. Mr. Creeperman. Der Zombieman. Oh, was ist das? Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Oh, Aion. Guten Tag, guten Tag. Nein, meine Kohle. Du Arsch, Ascheloche. Oh, denn schon wieder. Ich habe hier, glaube ich, einen Spawner, oder was ist hier los? Mama mia. Alter, wo kommt ihr denn alle her? Loch zu. Jetzt. Jetzt. Ich will doch nur meine Kohle haben. Ich stelle mein Vote offiziell mal hier ins, ins, äh. Ihr kommentiert ja es ja eh nicht, ne? Naja, naja. Könnt ihr mal kommentieren oder so. Aber für die Leute, die kommentieren, vielleicht sollte ich mal auf, ähm, ne? Mein Vote an der Stelle lautet, äh, soll ich auf hart bleiben oder soll ich vielleicht mal auf easy oben schalten? Oh. Ich habe keinen Bock jetzt schon, äh, mit meinen, ihr müsstet jetzt meine Hände sehen, in Häkchen, jungen Jahren, hier schon an Herzklabaster zu sterben oder so. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Noch mehr Gold. Fragezeichen? Nö. Hier bleiben wir. Hier ist gut. Nein. Puh. Ich sollte mal vielleicht hier, wie heißt denn diese eine geile Schockgame da? 4 oder so? Ich weiß es gerade nicht. Da gab es doch irgendein geiles Schockgame mit so einer komischen Tussi, die dann da immer, äh, aufgetaucht ist im Bild und so. Ich glaube, so etwas dürfte ich gar nicht spielen, ey. Dann kriege ich auf jeden Fall ein Herzklabaster. So, Momentchen. Haben wir jetzt hier alles? Hier haben wir ausgeht. Das sieht aus, ey. Oh, also. Ich kann gerade sagen. So, hier haben wir auch nichts mehr. Okay, okay. Aber hier unten haben wir noch was. Und hier höre ich doch noch irgendwo eine Party am Start. Aparty! Hey! Oh, je. So. Mal wieder was fressen. Wenn man viel hüpft und viel abbaut, hat man noch viel Hunger. Mal wieder mal hoch, falsche Tasse. So. Hier nochmal mal ein Lichtlein. Das sieht so scheiße aus hier. Mal wieder was. Mal wieder was. Mal wieder was. Vielen Dank.